In diesem Video zeigen wir, wie eine einfache LED-Installation mit handelsüblichen 1-10 Volt-Reglern aufgebaut werden kann. Wir verwenden hierzu einen typischen 1-10 Volt-Regler für die Unterputzdose vom Hersteller Gira. Damit möchten wir warmweiße LED-Streifen steuern. Da unsere LED-Streifen im Niedervolt-Bereich arbeiten, wird ein entsprechendes Netzteil für die Stromversorgung benötigt. Zwischen Netzteil und LED-Streifen wird ein kleiner LED-Controller installiert, der über 1-10 Volt angesteuert werden kann. Netzteil, Controller und LED-Streifen sind in unserem Aufbau bereits miteinander verbunden. Beim Anlegen der Spannung sollten die LEDs bereits mit voller Helligkeit leuchten. Wir verbinden nun den 1-10 Volt-Regler mit den Steuereingängen des Controllers. Dafür wird lediglich ein zweiadriges Kabel benötigt, das bei Bedarf auch deutlich länger sein kann. Um an die Schraubklemmen heranzukommen, öffnen wir den 1-10 Volt-Regler. Die Eingänge für das 1-10 Volt-Kabel sind entsprechend beschriftet. Sobald der 1-10 Volt-Regler verbunden ist, lassen sich die angeschlossenen LEDs komfortabel dimmen. Ein Drehen nach links verringert die Helligkeit, Drehen nach rechts erhöht diese. Es sind auch sehr geringe Helligkeiten realisierbar bis hin zum kompletten Aus. Viele 1-10 Volt-Regler haben zudem noch eine abgesicherte Schaltfunktion für 230 Volt. Es kann also zusätzlich das Netzteil und damit die gesamte Installation über diesen Schalter ein- und ausgeschaltet werden. Achtung! Bei allen Arbeiten an 230 Volt besteht Lebensgefahr. Lassen Sie diese nur von einer Elektrofachkraft durchführen. Hier haben wir den Aufbau mit zusätzlichen 230 Volt-Schalter entsprechend realisiert. Den 1-10 Volt-Regler bauen wir nun wieder zusammen und anschließend testen wir die Funktionen. Drücken des Reglers schaltet die Beleuchtung inklusive Netzteil nun ein und aus. Durch Drehen lässt sich das Licht auf- und abdimmen. Bei Bedarf können mehrere 1-10 Volt-Controller über einen Regler bedient werden. Es ist jedoch nicht möglich, dass mehrere Regler ein und denselben Controller bedienen. Für eine solche Anwendung ist zum Beispiel das Push-Dim-Verfahren empfehlenswert oder natürlich Lösungen über Funk.